Jetzt muss ich vorher auch noch reinpägen hier, ha, nur ein Pfuffi, nur ein Pfuffi, Scheiße, vorher auch noch reinpägen hier, Scheiße, ey, was tut der jetzt? So, vorher auch reinpägen. Bist du auch ein Idiot, ne? Ja, ja, jetzt muss ich, ich muss halt... Look at my life, look at my life, feel my pain, when it comes to me and you, we're not the same, this is so far from a game, are you ready? 3, 2, 1, Ladies and Gentlemen, Neuer und TheFallGuys mit dem absoluten Matchwinner Yannick und heute, kein David, kein Sven, es kam nämlich die Ablösung, der gesagt hat, boah, der arme Junge, tut mir so leid, ich muss mit diesen Lutschern aufnehmen, die noch nie einen Win-Goal hat mit FallGuys, der absolute FallGuys Maestro, der Mugen Roshi von FallGuys, Universum. Heuer ist, Holger ist dabei. Ich hab zweimal gespielt, jetzt, okay? Bleib mal locker hier. Ja, ich muss direkt hier hart rein, sich hier hochpushen. Wenn du selber glaubst, dann ist es auch easy für dich, weißt du? Holger holt nämlich heute den Win-Win, hat er gesagt. Easy Game, ne? So, Mammut-Action auf jeden Fall. Wir machen nämlich auch wieder aktuell, HZ ist vorproduziert und Holger hat sich gedacht, komm, da haben wir ja nicht. Let's say nix. Ach, come on, warum sind die Bälle alle bei mir? Oh ja. Ich bin jetzt erst bei den Bällen, ich hingegen. Ich will festgehalten. Der Rund ist rekt. Haha. Der Rund ist jetzt schon rekt. Oh, bald, Alter, leck mich. Nice. So. Fängt schon wieder hart an hier. Hier sind direkt die schlimmsten Leute, die auf der Sonderschule halt durchgefallen sind. Die spielen jetzt hier gerade in der Lobby mit. Hat man direkt am Festhalten gemerkt. Das sind halt die harten Kids. Und das kriege ich noch, Junge. 25. 25. Da ist Heuer. 4 noch Heuer. Schast du. Nein. Das ist nicht wahr. Ach, kacke. Man verliert die erste Runde nicht. In der ersten Runde kann man gar nicht rauslegen. Rollfeld, da kann man gar nicht runterfallen. Oh, komm. Den machst du jetzt. Easy. Ja, vielleicht kommen wir in dieser Folge an der zweite Win. Ne? Ob Heuer den macht oder ich, ist ja egal. Ist an sich. Ja, ich will ja erstmal raus jetzt. Ja, aber werden wir noch mal. Jetzt muss du. Easy game, aber jetzt. Ey, voll geil bist du. Ich bin das Mammut. Also bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe einen Pfeil, wenn ich dir zugucke. Wenn ich meinen Freunden zugucke. Ich weiß nicht, ob du das hast. Weil das hat zum Beispiel David oder zum Beispiel nicht. Ich suche einfach Mammut mit Tomatenunterhosen. Ich habe gerechtigt die Han-Hater. What the fuck? Rettungsaktion des Jahres auf jeden Fall. Ich wechsle auf jeden Fall schon mal die Seiten, weil hier sind die krassen Hater auf jeden Fall unterwegs. Gar kein Bock drauf. De, 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 de. Alter, was ist denn das für eine Runde heute? Die sind ja alle voll Mupfel hier. Richtige Mupfel da. Warte, was ist da los? Guck dir den Ninja an. Weißt du, der Schweinchen da. Ja, komm, jetzt sind wir noch die letzten sechs Mupfel. Absolut gar kein Problem bisher. Vollgeist-Meister nennt man mich. Da kann man noch ein bisschen taunen. Ach, das bist du, ja, 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 okay. Da haben wir dich. Ah, hallo. Ja, jetzt. Ah, jetzt hat er versaut, jetzt hat er versaut. Jetzt hat er versaut. Oh, ja, ja, komm. Der dritt schlechteste Spiel im ganzen Game. Komm, es geht. Nee, die kleinen Kiddies, die das Gleichgewichtsystem noch nicht verstanden haben. Die wir wollen hier in der ganzen Game. So, ja, gut. So, jetzt wird hart reingepaid. Ja, jetzt payen wir hart rein. Jetzt ist er Pay-to-Way in das Spiel, deswegen einmal hier. Mammel. Du musst halt einfach direkt gut wegkommen. Ich hätte echt die Vibration an meinem Controller ausmachen sollen. Ja, ich suche das sogar. Mit Vibratoren läuft alles besser. Nein. Alter, Leute, Leute, Leute. Nein. Mal ganz locker hier. Nee. Boah. Easy, easy, easy. Jawohl. Ich sehe dich, wenn du läufst mit so einem Pfeil übrigens. Ja, das habe ich übrigens auch beim Zuschauen. Ich weiß nicht, warum nur ich das habe und dir nicht. Weil du ein Master bist. Alter, halt doch nicht fest, du blöde Sau. Weißt du, weil ich da hoffen, der, äh, der Mesh-Schosse. Wer tropft im Geilbild. Nein, nein, da komme ich nicht mehr rüber. Oh, come on. Leute, jetzt gibt doch die Bippe, Jungs. Och, Lela, ist schon wieder scheiße hier. Läuft wieder gar nicht. Oh, man. Ah, das ist gerade auch sowas von nicht klar. Ah, ich wollte da rüber. Alles gut, alles gut, alles guuuut. Noch läuft ein letzter Checkpoint. Ach, hier ist es so rum. Ach, Update. Kann ich auch noch nicht hier variantieren. Oh, oh. Die Hobenbleiben. Hodenbleiben? Hobenbleiben, habe ich gesagt. Die Hoden müssen bleiben. Halt konzentrieren. Hoden müssen bleiben. Halt mich doch nicht fest, ihr Säcke. Nee. Oh, so rum ist aber heavy jetzt. Okay, da lang. Oh, mein Gott. 17. 17. Das ist ja Pay2Win. Sag ich ja. Da haben wir sehen wie ein Holger. Ist das ein Holger? Da ist ein Holger. Das war noch mal knapp auf den letzten Metern. 340 ist knapp auf den 340. Kann man so sagen? Das war knapp. Hör, 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 hör. Hör, hör, hör. Hast mir ein Absicht gemacht. Hast für die Klicks extra gemacht. Ja, natürlich. Lass ein Like los. Alles für die Klicks. Alles für euch, Leute. Muss laufen. Der Channel muss laufen. Jetzt noch ein cooles Game. Jetzt ein cooles Game. Oh, Team-Game wäre geil. Fußball. Oh, nee. Kein Team-Play. Komm, Team-Play, Alter. Die Teams sind alle scheiße. Oder Türen. Lass Türen machen. Ich will Türen. Türen laufen. Das wäre jetzt Hass-Game übrigens. Finde ich mega nice. Ich mag das. Ja, heuer. Jetzt kommt Revenge. Revenge of the... Oh, no. Revenge. Revenge of the Hall Guy. Ja, jetzt muss ich sehen. Wobei, jetzt könnte ein bisschen leichter, weil nicht so viele und so. Weil zu Anfang ist immer so viel und dann immer so... Nein, einfach immer mit dem Strom. Immer mit dem Strom. Ich habe direkt den Iron Man bei mir. Läuft jetzt. Erstmal direkt festhalten. Voll mies. Ich finde er gut. Ich habe Verbindung verloren. Holger, raus. Ich habe Verbindung verloren. Nein. Was ist denn aus, Holger? Weiß ich nicht. Ich habe Verbindung verloren. Nein. Holger, KO. TKO. Technisches K.O. Scheiße. Warum denn? Ich habe nicht meine Ahnung, wieso. Ja, du leckst einfach ganz doll rum. Muss man schon sagen. Äh, ich will doch gar nicht. Ja, stimmt doch nicht. Also, meine... deine Verbindung ist stabil. Tatsächlich. Aber das ist halt ein bisschen zwischendurch. Also, das hatten wir alle schon. Jetzt hat es auch rein... Jetzt hat es nicht mal dich getroffen. Ja. Aber ich... Jetzt bleibst du dabei. Ich komme immer eine Runde weiter. Alles klar. Ja, es ist echt schlimm. Kann ich dir irgendwie zugucken eigentlich jetzt gerade aus dem Menü draußen? Ach, bist du ganz... Ja, bist du ganz im Menü... Ja, ich bin... Aber warte, was ist anders? Nicht mal anders. Alles gut. Wie willst du das denn anders machen? Magst du... Soll ich jetzt... Soll ich jetzt... Ah, ist ja mehr machen. Ich bin raus. Echt? Jetzt kommt ein Teamspiel. Mit den großen Bällen. Doch nee. Jetzt bist du raus. Ja, ich sag einfach, wie ich raus bin. Ich bin immer beim Scheiß-Team. So. Ich bin gelb, ja, ich bin raus. Gelb ist immer raus. Hä? Quatsch. Gelb ist immer raus. Ach, Quatsch. Gelb ist immer raus. Du ist immer raus. Oh, Gelb macht ein Eigentor. Hä? Ach, was ist denn los da? Gelb macht auch ein Eigentor. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Gelb ist das neue Gelb. Blau. Lassen wir verblauen das... Der Blau war das neue Gelb und jetzt ist das Gelb wieder neu. Was ist los mit euch? Ins Gelbe fällt ihr, Fickz. Jetzt dreh da durch. Nee! Oh, komm schon. Oh, komm schon. Oh, komm schon, du Gelbe Affe. Hey, ich bin raus. 0 für 5, ey, du. Echt jetzt? Ja, du. Keine schnelle Gelb. Du reißt dir nix. Er sagt ja, das Scheiß-Team ist hier immer bei mir. Oh, komm schon. Was machst du denn? Oh, Mann. Okay, einer ist da. Für noch 22 Sekunden. Geil. Immer Gelb. Okay, wir haben wieder nur eins. 8 Sekunden. Ich bin raus. Das war's. Hala. Was jung? Reptikowski. Hala. Wir können weitermachen. Gelb ist immer raus. Gelb ist immer raus. So, Verlängerung. Letzte Chance mit Noob Teams. Nein, läuft doch nicht gegen mich. Was macht ihr denn? Weitergekommen. Blau ist das neue, gelb. Oh, nö, jetzt kommt ein Random. Random, Leute. Lasst ein, lasst eins entscheiden, wenn ihr ein Random mögt. Ja, Mann. Nicht Random. Muss mal den Monitor mal putzen. So. Mambo, die erste Reihe. Läuft jetzt. Feuer spielt Feuergeist. Alles klar. Da kommt Frucht an. Das ist ungesund. Ha? Nein. Wir tun die Note. Oh Gott. Früchte Alarm. Easy Air Plate. Da kommt ne Melone an. Böse Mangos. Ich bin raus. Rechte Seite ist so voll. Komm schon. Oh, elf. Die Nummer elf. Die Nummer elf. Spiel Nummer vier kommt jetzt. Ja. Oh Gott. Ich hab grad übelste Verbindungslacks, der hat. Ich hatte grad überhaupt kein Internet. Finale. Oh Gott. Da ist die Tour. Ja, siehst du. Deswegen bist du rausgeflogen. Weißt du, stabil war dein erstes Wort. Schnell reinpayen. So. Reingepayt. Sprungprobe. Springen kann ich. Komm. Adventure Map Style. Da 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 da. Geht nur raus. Geht ihn jetzt schon fest. Geht ihn jetzt schon fest. Heuer. Das ist absolut wreckt hier alles. Machst du nicht raus, bitte. Oh ja, das ist so. Hauptsache nicht letzt. Komm. Ich würde zumindest die Top Ten sein. Er will die Top Ten. Er will die Top Ten. Da. Okay. Okay. Top Ten. Top Ten, Leute. Einzelne Scheid, wenn ihr auch den Top Ten wollt. Okay. Aktuell ist okay? Oh Gott. Das sind die letzten zwei Plattformen. Oh mein Gott. Komm schon, du machst das. Letzte zwei Plattformen. Top 7. Er holt sich den Sieg. Der holt sich den Sieg jetzt. Oh. Salto gemacht. Top 6. Er wird schon mehr. Nicht schubsen, Leute. Nicht schubsen. Er hat meine Basis hier. Oh. Top 5. Ah. Er lässt sich schubsen. Ah. Aufs Maul gelegt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin rot. Oh Gott. Ich bin tot. Oh mein Gott. Ich bin der Meister. Hey, das ist rot. 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 Hey, das ist reingepaid von den Gegnern. Er betrayed. Linkt ab. Hey, was ist das los? Das ist die letzte Runde. Ich verliere keine Arme. Okay, dann liegt das an den ganzen Pornhub-Downloads. Nee, die habe ich ausgemacht. Ah, okay. So, da ist der Torhunger. Torhunger, Leute. Finale Runde. Wir machen das jetzt. Feiger macht schon Warm-Ups. Feiger ist Crust unterwegs. Da läuft. Erstmal springen. Ich bin Rose. Hey, Quatsch. Ich liege. Ich bin schon wieder Rose. Da geht, da geht, da geht, da geht, da geht. Da geht noch. Da geht nicht mehr. Da geht auch nicht. Feiger, da ist schon wieder so eine Festhalte-Runde. Das wird nichts. Oh, ich kann noch drüber. Das ist schon wieder so eine richtige Wichser-Runde hier. Das sehe ich schon kommen. Pass auf, was soll man merken? Oh, bumm, sieh. Das wird noch heavy shit. Das wird noch heavy shit. Nein, ich wollte gerade rin. Nein. Im Sprung. Die blöden Penner. Der fliegt auch her. Hast du noch geschafft? Ja. Top 25 oder so. Ab aufs Rollfeld, meine Damen und Herren. Der Flugzeug kommt, das Flugzeug klopft gleich und überfährt euch. What the fuck? Der hat überhaupt nicht gepasst gerade. What the fuck? Ich dachte gerade Rollfeld. Holger ist finster unterwegs. Was? Was? Rollfeld ist mir gerade das Flugzeug eingefalkt. Ja, ich verstehe das, Hohle Scheiße. Ja, siehste. Ist schon ein krasses Flix hier. Hey! Ich habe ihn weggehält. Sehr gut. Ist doch easy über mich. Kopf muss auf meinen Kopf. Vielleicht nicht gut. Kopf muss auf meinen Kopf. Easy. Der Pirate ist weg. Der Weg ist weg. Der W- Das muss ich erst mal finden gerade wieder. Holy shit, ich mache einen Stunt am anderen, Junge. Wo ist er denn? Okay, ich mache so krasse Stunts, Junge. Ich bin so krasse Tricks da gerade. Krasse Tricks da bin ich. Ich verliere immer die Verbindung, wenn ich rausfliege. Ah, willst du schon wieder raus? Ja, ich verliere immer die Verbindung, wenn ich rausfliege. Das ist obwohl alles anders. Holger macht immer direkt die Rage-Quids, wenn er raus ist. Nein. Du machst das. Letztes Endement. Ich bin da fürs Einschalten. Lass einen Likeschauen. Bis zum nächsten Mal. Was? Komm, lass noch einen machen jetzt. Das ist ja auch dumm. Einen machen wir noch. Ja, nächste Folge. Nächste Folge. Nee, einen machen wir noch. Nee, die müssen den Einschalten. Oh, komm. Die müssen halt reinpänen. Die müssen halt reinpänen. Einzelne Schalten, wenn ihr Geld reinzahlt. Hau doch rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, komm, das ist ein Weltfallspiel geworden. Easy. Das ist ein Weltfallspiel. Untertitelung. BR 2018